Musik So, ich wollte euch heute meinen neuen Marschradersteiger vorstellen, den MG2FX. Ein ganz neues Modell, der hat auch die Möglichkeit, ihn mit Batterien zu betreiben. Wir haben hier vier Podis, die dort nicht belegt sind. Hier haben wir also die vier Podis, die jeweils doppelte Funktionen haben. Zum ersten Podi kann man wechseln zwischen Mode und Buzz. Im Mode-Modus ist man hier bei Clean ist gleich 0, wird hier hinten angezeigt. Clean, dann haben wir Crunch, Overdrive 1 und Overdrive 2, insgesamt 10 Modis. Beim zweiten haben wir einen Wechsel zwischen Gain und Tribal. Beim dritten FX und Reverb, vierten Volumen und Delay. Und hier hinten haben wir noch ein chromatisches Stimmgerät. Durch drücken der Tab-Taste acht Sekunden lang, müssen wir im Stimm-Modi, Stimmzeigitarre und Ruckzuck, müssen wir wieder in seinem Mode und können weiterspielen. Super einfach zu bedienen, super Gerät. Musik 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 Musik